Das Parlament ist in großer Aufruhr. Kinder und Jugendliche leiden unter den Corona-Schutzmaßnahmen. Und zwar massiv. Ganz neue Erkenntnis anscheinend für die Altparteien. Ehrlich gesagt ein Zustand, der uns zumindest nicht groß überrascht, auch wenn es eine traurige Bestätigung unserer Prognosen ist. Ja, mittlerweile pfeifen es sozusagen die Spatzen von den Dächern oder beziehungsweise die Bild-Zeitung hat es sogar aufgegriffen, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrien voll sind. Komplett ausgelastet. Mehr als das. Kinder und Jugendliche, die stationären Behandlungsbedarf haben, müssen sogar abgewiesen werden. Es wird von den Ärzten selber von einer Triage gesprochen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Triage, die uns ständig wie ein Horrorszenario in Aussicht gestellt wurde bezüglich der intensivmedizinischen Behandlung von Corona-Patienten. Das ist Gott sei Dank bis heute nicht eingetroffen. Aber Kinder und Jugendliche haben schweren Schaden genommen im letzten Jahr. Einsamkeit, Perspektivlosigkeit, Angststörungen, Depressionen, Demotivation bis hin zu Suizidgedanken belasten unsere Kinder und Jugendliche. Substanzkonsum, sprich Cannabiskonsum ist deutlich in die Höhe gegangen. Viele Kinder und Jugendtherapeuten beklagen das zu Recht, machen sich große Sorgen auch über die bleibenden Schäden natürlich genau für diese Generation, die ja noch ihr gesamtes Leben vor sich hat. Erst war es heute Thema in der Einbringung von der Regierung. Es muss ja jedes Mal im Plenum etwas zum Thema Corona geben. Aufgrund dieser Negativschlagzeilen hat man sich jetzt die Kinder und Jugendlichen rausgesucht. Und auch die Grünen haben mit dem vollmundigen Titel Belastungen der Kinder und Jugendlichen in der Pandemie endlich ernst nehmen einen Antrag eingebracht. Ich habe zu diesem Antrag gesprochen. Sie finden jetzt im Anschluss Teile meiner Rede, aber jetzt schon einiges vorweggenommen zu den wichtigsten Aussagen. Wie immer werde ich natürlich auch die gesamte Rede hochladen, falls sie sich dafür interessieren. Es ist auf jeden Fall nicht erfreulich, wenn man an so einer Stelle wieder mal Recht behalten hat. Aber es ist leider so. Wir haben das vorausgesagt schon in diversen Anträgen im Laufe des letzten Jahres. Hätte man auf uns gehört, wäre diesen Kindern und Jugendlichen viel Leid erspart geblieben. Mehr dazu in meiner Rede. Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernst nehmen, lautet der Titel ihres Antrags. Und ja, in der Tat ist es allerhöchste Zeit, das Leid von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen. Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Sie ist dramatisch. Übergewicht, Bewegungsmangel, schlechtere Bildungschancen, Einsamkeit bis hin zu Angststörungen, Depressionen und sogar Selbstmordgedanken. Junge Menschen, die eine Infektion mit Covid vermutlich ohne weiteres gut überstanden hätten, leiden nun an Erkrankungen und an Missständen, die sie gegebenenfalls ihr restliches Leben begleiten werden. Die Psychiatrien sind real überlastet und müssen heute hilfsbedürftige und behandlungsbedürftige junge Menschen abweisen. Die Intensivbetten sind bis heute Gott sei Dank nicht ausgegangen. So dramatisch die Situation ist, sie ist wenig überraschend. Schon im Mai 2020 und im November 2020 haben wir die Warnungen der Experten ernst genommen. All diese Feststellungen haben sie nicht interessiert. Und es ist auch keine große Überraschung, dass sie unseren Anträgen nicht zugestimmt haben. Man muss eigentlich nur selber Eltern sein oder mit Kindern zu tun haben, um zu sehen und erahnen zu können, welche Auswirkungen ihre Corona-Politik auf Kinder und Jugendliche hat. Ob es Frau Merkel ist, ob es ein Herr Altmaier ist, ob ein Herr Spahn ist. Allesamt sind sie kinderlos. Jetzt schreibt mittlerweile selbst die Bild-Zeitung, wie dramatisch die Situation von Kindern und Jugendlichen ist. Und plötzlich sind alle ganz besorgt. Eine Sache, die allerdings bisher noch nicht groß Gehör gefunden hat, ist, dass sie Kinder- und Jugendpsychiater und Psychologen auch beklagen, dass es verstärkt zum Substanzkonsum gekommen ist, insbesondere bei Jugendlichen. Wir haben hier gegebenenfalls den Grundstein für Suchterkrankungen gelegt, die uns wahrscheinlich noch die nächsten Jahrzehnte beschäftigen werden. Genauso wie die Demotivation. Selbst jetzt, ich habe es auch bei mir erfahren, in der Kampfsportschule. Das Training wird wieder angeboten. Die Eltern melden jetzt, wo sie sogar wieder könnten, ihre Kinder ab, weil sie es nicht mehr schaffen, ihre Kinder zu motivieren. Die haben sich jetzt daran gewöhnt, ein Jahr lang auf dem Sofa zu liegen, Playstation zu spielen und gegebenenfalls noch zu kiffen. Und das wird ein ganz schöner Akt, das mal wieder rückgängig zu machen. Nach mehr als einem Jahr sehen wir alle das desaströse Ergebnis der Corona-Maßnahmen, insbesondere für unsere Kinder und Jugendlichen. Aber es gibt eigentlich nur eine logische Konsequenz und Forderung, nämlich die Gegebenheiten zu diesen Missständen zu führen, endlich zu beenden. Das heißt, den Lockdown zu beenden, um Kindern und Jugendlichen so viel Normalität wie möglich zu ermöglichen. Die Kinder und Jugendlichen werden in der Schule ohnehin zweimal die Woche getestet. Das heißt, dann sind die doch auch in ihrer Freizeit negativ. Dann machen sie die Freiwillen auf, lassen sie sie zum Sport gehen, lassen sie ins Jugendzentrum gehen. Die sind doch schon getestet. Aber nein, sie fordern lediglich Symptomdokterei und von daher werden wir natürlich der Überweisung in den Ausschuss zustimmen. Aber wir können inhaltlich ihren Forderungen nicht folgen. Danke.